Hallo Leute und willkommen zu dem jährlichen Trikot-Rating. Wir fangen an heute mit den World Tour Teams. Es kommt aber auch noch ein Video online, wo ich die Top 20 Trikots von den Pro und Conti Teams rate. Mit dem letzten Team, beziehungsweise mit dem 17. Platz und zwar Archi Dessert. Meiner Meinung nach musste man, hatte man da was ändern müssen am Design. Ich glaube, es wurde ja so krass gehatet oder man, da wurden so viele Memes draus gemacht, dass man es einfach ändern musste. Aber sie haben irgendwie entschlossen, keine Ahnung warum, das so zu behalten. Einfach mit dem komplett riesigen Logo da, wie gesagt, was so aussieht wie eine McDonalds Verpackung oder so. Und dann auch mit der braunen Hose, die überhaupt nicht dazu passt. Jetzt mittlerweile mit den Fahrrädern, die meiner Meinung nach sehr cool aussehen, mit dem türkisblau und dem orange rot. Das finde ich, sieht cool aus, aber das ist so eine wilde Mischung einfach. Sieht jetzt nicht gerade sehr, sehr schön aus, sagen wir mal so. Dann Platz 16 haben wir Intermarché. Ja, diesmal ist es nicht auf dem letzten Platz gelandet, aber war auch sehr, sehr knapp zwischen Archi Dessert und Intermarché. Ich habe mir auch lange überlegt, wer dann jetzt die Letzter werden soll, aber da habe ich mich dann einfach dazu entschieden, dass es diesmal Archi Dessert sein soll, weil sie einfach überhaupt nichts Neues gebracht haben und Intermarché sich wirklich aber wenigstens Mühe gegeben hat, irgendwas Neues zu designen. Ich finde es eigentlich schon ein interessantes Trikot, auch weil sie andere Farben benutzen. Natürlich ist noch immer dieses Blau da, aber es ist auch dieses Fluorogelb, was man sehr, sehr gut im Peloton erkennt. Aber was ich aber auch sagen muss, ist dann halt einfach auch die Mischung. Es sieht halt einfach so aus, wie wenn so ein Pinsel, wenn man so als kleines Kind so einen blauen Strichpintel gemacht hat und danach so zu viel Wasser genommen hat und dies dann, das Gelbe dann mit dem Blauen vermischt wurde so ein bisschen. Das sah dann halt immer übertrieben scheiße aus. Man bekam auch dann von den Lehrern, Mallehrern auch übelst Punkteabzug, weil es halt das nicht passieren darf. Und dann haben die das irgendwie hier mit integriert, was einfach nicht mein Geschmack ist. Und dann auch die riesigen Sponsoren auf der Seite der Shorts, weiß ich jetzt nicht. Aber Props, dass sie was Neues gebracht haben, aber ja, auch jetzt nicht wirklich viel, viel besser. Dann kommen wir zu Platz 15, DSM. Keine Veränderung, was ich schade finde. Hätten wenigstens die Streifen mit dem Loco kombinieren können, wie ich es damals schon vorgeschlagen habe. Das wäre eine kleine Veränderung gewesen, die viel gebracht hätte. Dann kommen wir jetzt zu Astana. Astana hat, glaube ich, keine großen Änderungen gemacht. Ich habe keine großen erkennen können, wenn es irgendwelche gegeben haben soll. Ich glaube, der Sponsor hat geändert eben und das war es großartig. Ich finde es ein bisschen komisch, weil es so von dunkel auf hellblau hochgeht und dann so quadratisch die Farben immer heller werden. Finde ich ein bisschen komisch. Wenn sie es einfach so clean, so von dunkel auf hell gemacht haben, würde es, glaube ich, viel, viel besser aussehen, als da mit den Quadraten da irgendwie damit zu spielen oder so. Finde ich, ist denen nicht so wirklich gelungen. Dann kommen wir zu Platz 14. Jayco, das neue, nicht neue Team, aber neue Sponsor, ist halt ein sehr simples Trikot, würde ich mal sagen, würde ich mal vermuten. Es ist jetzt nicht super kompliziert. Aber es muss ja auch nicht immer kompliziert gemacht werden, damit es gut aussieht. Ich finde, weiß-blau ist meiner Meinung nach sowieso immer eine gute Mischung, die man überall verwenden kann. Und finde es auch irgendwie, finde es auch cool, dass, die haben ja auch ein Mädchenteam und da werden halt die, ist es ein bisschen ein dunkleres Blau. Und da sind ja auch so Streifen und die sind bei den Männern hellblau und bei den Frauen rosa. Und dann kommen wir zu Platz 13, Ineos. Ich finde es ein bisschen seitlich von der, es ist ein rotes Trikot eben mit Blau, ein sehr, sehr verbreitendes Farbschema in der Fahrradwelt. Ja, ich finde es eigentlich kein schlechtes Trikot, aber was mich halt wirklich sehr, sehr stört, ist halt auf dem rechten Ärmel. Das sieht so aus wie Feuer irgendwie. Feuer ist ja auch unten eher dunkler und dann wird es immer heller. Und, keine Ahnung, das sieht ja halt exakt so aus wie Feuer irgendwie. Finde ich kein gutes Trikot. Das letzte Jahr war einfacher, stichter, aber viel, viel besser meiner Meinung nach. Wurde auch viel, viel höher gerankt. Ja, dann kommen wir jetzt zum Platz 12. Leider dieses Jahr kein so gutes Trikot meiner Meinung nach. Und zwar, ja, jetzt auch tief gefallen im Ranking. Ich glaube, haben die meisten Plätze verloren, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist EF Education. Ja, das ist einfach geisteskrank. Ich weiß nicht, was sich Rafa da, normalerweise, finde ich die Trikots, die sie machen, ja, übertrieben geil. Einfach auch das Palace-Trikot von Giro d'Italia oder die anderen Kollektionen, die sie, letztes Jahr Trikot war, das Standard-Trikot war cool. Auch den Special-Trikots für die Grand Tours war super, fand ich alles super. Und dann kommen die dieses Jahr mit so einem Trikot. Ist halt so ein helles Rosa hier, dann wird es so wirklich hell-hell-rosa. Also ich weiß nicht, was für eine Farbe das ist, so beige fast halt. Dann hier ist wirklich ein rosa. Dann hier wieder noch ein, das ist wieder, dann ist hier ein helleres Rosa. Dann hier so ein Fluor-Rosa, so, was ein bisschen shinier ist, sagen wir mal so, ein bisschen mehr glänzt oder so, keine Ahnung, wie, was das für eine Farbe ist. Und hier dann wirklich ein richtiges Rosa oder, keine Ahnung, das sind so viele Rosafarben, mein Kopf explodiert fast. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Meiner Meinung nach, ja, kein, kein gutes Trikot. Also, diese vielen verschiedenen rosa Farben passen einfach nicht, sehen auch zu unterschiedlich aus. Und, ja, einfach im Vergleich zum letzten Jahr kein gutes Trikot, wirklich ein big, großes, 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 großes Downgrade. Dann kommen wir zu Platz 11, Jumbo Wismar. Keine große Veränderung, ich glaube, nur die Sponsorenansicht hat sich ein bisschen verändert, war ja im Großen und Ganzen. Keine wirklich große Veränderung. Und ich finde es gut, dass sie eine andere Farbe haben. Das bevorzuge ich. Und deshalb ist es jetzt kein super spezielles Trikot. Aber ich glaube, ich habe es halt eben, es kommt jetzt halt höher ins Ranking, einfach weil es eine andere Farbe ist im Vergleich zu den anderen. Dann ist es automatisch schwieriger, ein besseres Trikot zu machen, sagen wir mal so, einfach ein bisschen herauszustechen. Aber es ist halt eben sehr, sehr gut erkennbar im Peloton. Und das muss ich aber auch ein bisschen mit integrieren. Weil ich hasse es, wenn man zum Beispiel dann so, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Roglic immer, weil ich bin immer ein großer Roglic-Fan gewesen. Man sah ihn, man erkannte ihn immer sofort. Es ist halt aber auch ein kleiner Nachteil, weil sie halt das Gelb benutzen dürfen. Sie ist im Tour de France meines Erachtens nicht benutzen. Und deshalb müssen sie dann ja auch immer eine Special Edition halt extra für die Tour de France machen lassen, weil man es sonst zu, weil es sonst einfach zu sehr nach dem gelben Trikot aussehen würde. Und ja, das ist halt der einzige Nachteil. Dann das Trek-Trikot. Eigentlich finde ich, sieht das super clean aus. Simpel mit dem Rot hier Rot, dann das Trek hier Rot, rote Ärmel halt und dann das andere Weiß. Super schlichtes Design, aber es sieht so sexy aus, so sportlich, so, keine Ahnung, ich fand es so geil. Und dann auch noch die blaue Hose. Es passt einfach. Die Farbprobination ist mega. Und dann fiel mir aber hier oben auf, von der Sicht vorne, halt auf hier, es ist so ein Muster oben. Und da dachte ich mir so, warum? Warum? Dann macht doch einfach Weiß. Und dann habe ich das Trikot von hinten gesehen. Und dann war bei mir, ich war so enttäuscht. Viel zu viel Rot dann. Das ist dann nur noch Rot. Und dann auch das Rot, keine Ahnung, ich finde es, dann sieht es wirklich kacke aus. Das Logo, das Muster passt überhaupt nicht. Also, ja, meiner Meinung nach vorne Top-Trikot, hinten Flop-Trikot zum neunten Platz. Und da muss ich sagen, ab da wurde es richtig schwer, die Trikots zu ranken. Die sind sich sehr, sehr nah, im Prinzip von neun bis eins praktisch. Und ja, das Bahrain-Trikot, ich finde es eigentlich saugeil. Auch das vom letzten Jahr fand ich richtig geil. Es ist ein gewagtes Trikot, was gelungen ist, aber dann auch wieder nicht. Weil man sieht hier, es ist halt eine coole Idee, so halt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, aber es sieht einfach cool aus. Aber dann sind da die gelben Streifen, die sehen dann aus, keine Ahnung, wie so, ich finde das passt irgendwie nicht. Die gelben Streifen, die dann ins Rote reingehen, das Muster irgendwie ein bisschen zerstören, das schematische Muster, und es sieht auch ein bisschen aus, als wie so ein Lagerfeuer. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt auf ein Lagerfeuer komme. Oder es sieht so ein bisschen aus, wie die LED bei so Partys. Wenn das nicht wäre, wäre es ein Top-Trikot, top. Und dann kommen wir zu acht, muss ich nicht viel darüber sagen. Ach, Kea Samsic, simples Trikot, sieht nicht schlecht aus. Wie gesagt, es muss nicht immer kreativ aussehen, beziehungsweise kompliziert sein, damit es gut aussieht. Schwarz mit Rot, mach mal nicht falsch. Was ich dann sagen muss, das Fotoshooting, wirklich sprupps an den Kameramann, der hat Fotos da rausgehauen mit dem Rot, da sieht die Fotos, die sehen geisteskrank aus. Wirklich, Chapeau, Chapeau. Platz 7 und Alpecin hat sich leider nicht viel geändert. Sie haben halt Mitte der Saison den Sponsoren gewechselt. Deshalb muss es halt auch ein anderes Trikot werden. Finde ich, sieht nicht schlecht aus. Und das meine ich auch, was Astana hätte machen müssen. So, das ist ein, es geht einfach von schwarz, clean und, ja, einfach clean und sauber ins Blau rüber. Und Astana hat da irgendwie versucht, das mit Quadraten zu lösen, was überhaupt nicht gepasst hat. Und, ja, das meine ich einfach, wenn es clean gemacht wäre bei Astana, würde es halt auch höher gerankt werden. Das, wie gesagt, ist meine Meinung. Bitte mich nicht zu viel haten in den Kommentaren. Dann kommen wir zu UA Emirates. Für mich eine kleine Änderung. Aber diese kleine Änderung ist auch ein riesiges Downgrade. Kein riesiges Downgrade, aber ich finde es schon ein gewisses Downgrade. Weil man sieht ja halt, das Logo ist ja halt rot. Und damals waren die Ärmel, gingen dann halt ins Rote noch von der Seite, ging es noch rot, war es noch ein bisschen röttlich. Und dann ging es halt so in schwarz. Mittlerweile sind die Ärmel aber komplett schwarz. Und das finde ich jetzt, finde ich halt jetzt nicht mehr so schön, weil es halt dann zu viel schwarz ist. Und das Rote hätte man besser mit integrieren können. Dann zu Platz 5. Movistar. Es ist jetzt kein riesiges Upgrade. Sie haben halt was Kleines verändert. Aber das hat im Gesamtbild hat es einfach, in meinen Augen hat sich einfach das Trikot enorm verbessert. So eine kleine Änderung. Es ist wahnsinnig, was so eine kleine Änderung halt wirken kann. Bei Emirates halt die roten Streifen sahen cool aus. Cleaner Übergang. Jetzt mit den schwarzen sieht es halt, es ist eine kleine Änderung. Aber man sieht es sofort, man erkennt es sofort, wenn man das andere nebenbei vergleicht. Und genau das Gleiche ist halt bei Movistar. Dann vier. Viele haten vielleicht das Design. Ich finde es cool. Ich finde es auch eine mega Idee. Etwas Gewagtes und deshalb etwas verspielt vielleicht. Aber es gefällt mir. Das Trikot von Boransgrohe, es gefällt mir einfach. Das ist das einzige Team, was es fertig brachte, als erstes, ich glaube, wie sie an dieses Trikot herangegangen sind. Sie haben den Hauptsponsor genommen und dann die Farben vom Hauptsponsor genommen ins Trikot integriert, damit es halt besser aussieht. Und auch das Rot von Ötztal ist dann wieder vorhanden. Ich finde, da haben sie sich richtig viel Mühe gegeben und das muss dann auch einfach belohnt werden. Super Idee, super verbindet mit den Sponsoren und das muss man erstmal hinbekommen. Für mich super. Dieser Designer 1A. Auch wenn die Farben meiner Meinung nach sind jetzt nicht speziell meine Lieblingsfarben, aber wie er es umgesetzt hat, finde ich einfach super. Und auch super erkennbar im Peloton. Nicht wieder eine 0815 Farbe. Einfach top. Dann das Trikot von Evregeux. Dieser Designer. Auch Props. Natürlich wieder eine 0815 Farbe. Aber die Farben wurden geistkrank cool kombiniert, finde ich. Die Logos. Gut sichtbar. Mit dem Blau-Weiß da. Weiß. Und dann auch hier. Die verschiedenen Blautöne. Und dann auch hier entlang dem Reißverschluss ist er auch das Weiß und Rot. Und dann geht es ins Blaue. So manchmal unten ist er noch Blau, Weiß, Rot. Und das finde ich cool. Das ist halt so ein bisschen aber noch französisch. Es ist halt ein französisches Team. Erkennt man ein bisschen das französische Team in dem Trikot. Erkennt man es ein bisschen wieder. Und das finde ich cool. Cool gelöst. Auch ein cooles Trikot. Ja, finde ich auch super. Einfach wie die Farben halt integriert sind. Einfach cooles, sauberes Trikot. Dann Quickstep. Wohl war ja schon lange bekannt dieses Trikot. Fand es von Anfang an. Fand ich es schon sehr cool, wie es aussieht. Es ist halt wieder ein blaues Trikot. Aber die Idee finde ich sehr, sehr cool. Das Einzige, was das Trikot nicht zum besten Trikot macht, ist halt einfach das riesige, wirklich das riesige rote, dieser riesige rote Streifen von Soudal. Das beste Trikot und auch das am meistgesteigerte Trikot im Vergleich vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob die neue Designer eingestellt haben, aber was der geliefert hat. Geist krank. Rot, nicht mal meine Lieblingsfarbe. Ich mag Rot irgendwie nicht. Aber das sieht so geil aus. So das Weiß mit dem Rot sieht top aus. So hier Weiß, Ärmel, Rot, Kofidis Weiß. Die Schrift passt super mit den Ärmeln. Dann noch Schwarz, die Kofidis-Werbung. Auf den Seiten, hinten sieht es cool. Sieht jetzt auch cool aus, aber das Kofidis mit der Sonne ist halt das Logo. Kann man da nicht viel machen. Aber das Design sieht top aus. Top. Für mich das beste Trikot. Am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, gefiel es mir nicht so. Aber wo ich es dann immer öfters ansah, wurde es immer besser und hat es dann schlussendlich auf den ersten Platz geschafft. GG und Kofidis. Super Trikot. Meiner Meinung nach nicht das beste Trikot, was ich mir angeschaut habe. Da habe ich von Pro Tour bzw. von Kontinentalmannschaften ein besseres Trikot gesehen, aber das beste World Tour Trikot halt. Wenn ihr das andere Video nicht verpassen wollt über das Ranking der Pro- bzw. Kontinental-Teams, abonniert gerne den Kanal. Lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.